30 Fahrer eingetragen, 1. Spardy 89 Schokolade-Guy, Nina Wagner, Reitungsfahrer in Zeiss Kahn. Gerichtet wird diese Druppung von Frau Weber-Hauten-Klein-Meller, der verkurrt eine Länge von 184 Sekunden. Sekunden, ne? Ein Sekunden, ne? Ne, 87 Sekunden. In 87 Sekunden musst ihr durch sein, ansonsten gibt es Strafpunkte. Ist schon ein anderer, ne? Ne, 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 ne. Erst wenn sie über das erste rüber ist, dann geht's los. Oh, ich weiß nicht, wo will sie denn hin? Ach, sie reitet sich das ganze mal ab. Ah ja, jetzt geht's los. Ist schon ein anderer? Ja, jetzt geht's los. Du? Ich hab schon geguckt. Ist gefährlich auch, ne? Ich hab geguckt, ist gefährlich auch. Von Olympik einmal. Von vor zwei Mal, ne? Einmal, einmal, einmal rum. Von ihm ane. 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 Wichtig. Ah, fertig. Stattel, Stattel, Führer, gut, was? 7,5. 7,5? 234, inklusive Lili, Julia, Rieber, Racken, Fahm, bei Königsbach. Ja, diese.